Schrotflinte Au! Mit ihr auch? Ne. Mucke. Schrotflinte und Leiche. Und ein GPS-Bail-Sender. Dam dam dam. Hallo und willkommen zurück bei Sons of the Forest. Wir stehen an der Buddelstelle, haben über Nacht ein bisschen Leichen verbrannt. Ja, ist da eigentlich ja keine Ruhe gehabt. Ne, die scheiß Krabbe ist sicher. So, dann können wir noch mal ein bisschen Seile verkaufen. Dann hab ich meine Rüstungsteile wieder alle an, dann Essigen hatten und dann können wir buddeln. So, hier mir haben wir auch genug. Gönn dir. Tja, viele, viele Folgen entdecken von The Forest. Aber anders, was anderes bleibt ja nicht übrig. Ne. Ich hörte ja auch dazu. Die Wege sind ein bisschen länger. Stimmt. So, dann wollte ich noch mal gucken. Ich hab da noch an, wie wäre ich noch. Kann ich mir doch noch mal Gesundheit machen. Schaufgabe. Zack. Okay, achso, wir müssen ja was essen. Hab ich grad. Und... Schau mal in. Zack, und drin mit leckerem Katzenfutter. Ja, ja. So. Nochmal ne Dose in der Umwelt schmeißen. Seht. So, dann, äh, Schaufelchen. Oh, warte. Hier irgendwo? Hier. So, ich soll ja die Hände frei machen, ne? So'n Scheiße. Gucken wir mal, was das hier so war. Na, Mente nennste drei. Meinst du? Wahrscheinlich nicht. Seh. Hier. Kommt was zum Vorschein. Ja, nicht, dass wir ja eine Stunde buddeln. Diesmal buddeln war nur das Blechding aus, ja. Das hätte aber reichen, oder? Endlich. Aber ich glaub, beim letzten Mal war das auch so ein bisschen buggy. Äh, jetzt kann ich zum Beispiel nicht. Doch, ich kann. Auf der Oberfläche. Schau, nee, doch nicht. Schaufeln. Doch, wenn ich einen anderen Winkel hinstelle, dann geht's wieder. Ja, stimmt. Machst du auch immer die Schaufelbewegung mit der Maus mit, obwohl das ja nicht... Es ist frei. Nee. Was? Das ging schnell. Okay. Das ging wirklich schnell. Was nehmen wir denn in der Hand? Eine Pistole? Nee. Ein Speer? Nee, da war ja bis jetzt außer B, wie siehst du? Wenn die nennt sie? C. A, B, C, okay. Haben wir die jetzt wirklich in der Reihenfolge, oder ist das Zufall, dass immer beim ersten A steht? Nee, also entweder hat man echt Glück, dass wir rechts rumgegangen sind. Äh. Hä? Anwenden, Audio, bisschen leiser. Weil da drin ist immer laut. Zurück. So, ich nehme den Speer. Ich habe auch den Speer. Mir ist alles leer und ein bisschen heller als in den anderen. Am Anfang jedenfalls. Der Gang ist länger. Nee, ist gleich, oder? Warte mal, ich muss mal ein bisschen heller machen. Das Scheiß wird auf die letzten Batterien hier. Äh, Revolver. Und Mucke. Bei Revolver aufheben. Okay. Haben wir denn schon Revolver-Munition gefunden? Das weiß ich nicht. Ja, wir haben so viel Muni gefunden. Hier ist bestimmt wieder das Bett. Nee doch nicht. Hier waren sie doch nicht fertig. Nee, 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 nee. Es sind nur Trockenbauwänder hier. Licht vorbereitet. Bad vorbereitet. Okay, ich weiß nicht, wie es dir lohnt hat, oder? Für den Revolver wäre ich jetzt separat nicht hierhergelegt. Egal, was wir haben, brauchen wir nicht. Stimmt schon. Kämmer. C4 kann ich nicht mehr nehmen. Nicht. Kämmer. Darf ich nicht nehmen? Hier Druckerharz. Das fehlt hier auch noch, ne? Drucker ist hier nicht. Ist gar nicht, nee. Okay. Druckerharz kann ich auch nicht mehr, wenn du noch kannst. Hier liegt nur eins in der Ecke. Da haben wir gehen möchte. Ja, kann ich noch. Dann bin ich also voll. Hm. Okay. Wollte ich mal sehen, ne? Das sind schon die Matratzen. Okay, wir haben schon ein Patron. Okay. Oh, oh. Hat der gerade das Funkgerät in der Hand? Mhm. Na ja, denn... Hm. Guck mal, wie da aussieht da draußen. Wo? Na, ist doch wieder alles voll gleich. Bestimmt, diese kleinen Krabbelviecher, ey. So. Ach. Schön, Kaby ist da. So, was sagt denn unsere... Wir haben da oben noch wieder einen Punkt. Ist ein Gleiter oder Arschbombe? Nee. Arschbombe... Nee. Arschbombe ist direkt am Strand. Äh. Mhm. Hm. Hm. Dann gehen wir eh mal drum herum. Aber da waren wir auf alle Fälle schon an dem Punkt. Da bin ich mir sicher. Ja. Wo der Absturz-Flugzeug-Helikopter ist. Naja, da waren wir schon, ja. Aber... An dem Lilanen bestimmt noch nicht. Doch. Wenn wir da waren, waren wir an dem Lilanen. Es sei denn, der ist neu erschienen. Aber das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, was du hier machst. Geht aber. Ähm. Bis hier zumindest. Ja, und jetzt hängen wir hier im Berg. Okay, komm mal her. Mach mal den Buch auf. Mit B. Lass das Buch. Ah, geht nicht. Der Lippe wies sich nicht mehr ein Buch machen. Okay, wenn wir hier runterrutschen, im Rutschen, machst du das Buch auf, ja? Das weiß ich nicht. Ja, einfach B drücken, dann rutschen. Wenn wir fliegen. Okay, geht aber trotzdem, geht ohne. Okay. Manchmal kann man so diesen Fall-und-Rutsch-Dings da mit dem Buch ein bisschen aus dem Weg gehen. Cheater. Ja. Ja. Was wird Wasser immer so tief sein? Wir müssen jetzt springen. Der ist hoch, weiter oben. Dann gehen wir jetzt hoch und über den Klippen oder außenrum? Ich wies jetzt nicht, was besser ist. Ich wies jetzt nicht, was besser ist. Bei dem Spiel wies man das immer nie vorher. Ja. So, warte. Ja. Ich wies jetzt raus, Oma. Das ist ja bei dem Haupt... Nee, das ist... Komm, wir gehen mal hin. Mhm. 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 Das ist ja gut, dass wir jetzt alles eben mal sehen. Finde ich jedenfalls. Waren wir jetzt überall? Neben dem Schneegebiet waren wir auch noch nicht. Naja, im Schneegebiet, da sind ja so ein paar Höhlen noch wesentlich immer zu waren, oder wo man nicht weiter kam. Das wird sich irgendwann schon... Wir müssen jetzt bei uns hier gucken. Irgendwo muss doch diese scheiß Ausweiskarte da passen. Keine Ahnung. Bisschen bauen und dann mal gucken, ob wir irgendwo hinkommen mit dem Team. Ja. Dann muss man einen Happen essen. Und was trinken. Denn mit dem Dosenöffner war nicht so schlecht. Mhm. Findet man ja doch recht oft die Dinge. Oh, mein Fleisch ist schon wieder schlecht. Mhm. Okay, dann wieder. Da ist der Punkt. Schon jetzt eben auf dem rausgesuchten Map. Mal gucken, ob wir vielleicht mal irgendwo einen Camp finden oder Erdogan fangen. Mhm. Okay, das ist unser Anfang zu bieten, oder? Ja. Ja. Kann ich sagen, die Fallen sind mal offen. Aber nicht drin. Nee. Da werden wir elendig verhungert. Das werden wir hier eben mal zwischenspeichern. Und unsere Butze ist auch noch da. Oh, das ne. Boah, ich schlachte jetzt nicht. Nee. Ich hab auch noch. Das ist mir auch gefüllt. Ich bin voll. Haben wir hier drin, hat er? Ja. Nee. Oh, dann können wir das hier mal abbauen, wa? Lass es doch stehen als Punkt, dann weiß man immer. Ja. Ja. Das wissen wir sowieso nicht. Ist eh schrottig gewesen. Okay, wir müssen weiter in die Richtung. Oh, ich. Oh je. Ich glaub, das wird nichts mit runter. Nee, hier nicht. Das probieren wir auch gar nicht erst. Nein. Oh, oh. Wo, wo, wo? Da unten. Ist doch bei uns zu Hause. Ach nee. Hier waren wir doch nicht. Alter, wir haben Besuch. Die keep saying in trying to find. Oh. Ah. Oh. Oh, oh. Komischen Gasdinger kann man mit der Axt auch abbauen. Okay. Das müssen wir mit der Axt machen. Farmnudel, Steinpfeile, meine Pfeile viele seile kohle 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 seine 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 jetzt die casting mitnehmen willst du den rüstungsteil ach so was können wir so mit schlitten ok okay denn wir wollen welche schlafen gleich an dem zelt das ist jetzt nicht mehr so weit ein bisschen ist noch stimmt treffen sich vier wege jetzt ist wieder nix in dichten bald und auch hier jetzt wird's ja wieder besser genau vor mir als ich die büsche zerstört habe nicht hier in erbarmen jetzt ist schluss hier mit pfeifen ob die hier zum trinken kommen da hinten ist einer zweier dreier auf dann dann geh weiter geh weiter drei oder vier hinter uns ich weiß nicht wie weit oh jetzt wird's jetzt pieptet jetzt pieptet da ist wahrscheinlich nur der berg wieder das war ein bisschen dran so ein stückchen aber dafür pieptet ja ein bisschen schnell stimmt und woher alter da steht mit ihnen weiter dann sind sie wieder jetzt sind dreier muss Yoko sein muss ja links sein hier muss ja da oben sein hier komm hm hm oh oh ah hier ist ein kreuz ich muss auch mein handy wegpacken da warte war es noch einer der ist auch hin aber das kreuz ist ja nichts das kann das nicht sein das muss das sein da dauert das hier nicht du hast kein Buddelsymbol ne deshalb das ist bestimmt verpackt das ist nicht immer alles verpackt ist das ein Feature können wir das nicht ziehen da das passt da du hast du hast hier du hast hier hier Das ist auf jeden Fall ein Sarg oder irgendwas. Die ist aber groß. Oh, guck, eine Pistole ist leer. Da muss ich den Bogen nehmen. Oh. Schrotflinte. Au! Mit dir auch? Ne. Mucke. Mehr nicht. Schrotflinte und Leiche. Und ein GPS-Ball-Sender. Oh, du hast dir voll den Arm abgeschossen. Ach, war keine Keycard. Der ist doch nicht mal angegammelt, der hier liegt. Na, der ist frisch. Der ist ja von uns. Achtung. Punktpunktchen. Guck mal hier. Ich lege doch nicht ein. Ich kann bloß nicht schießen. Ich hab ihm weder Wehne weggeschaut. Oh. Oh. Das ist... Das ist... Also... Ja. Ja. Schön. Aber... Der Punkt ist weg. Okay. Das ist geil. Dann haben wir den erledigt. Oh. Ach. Aber ich hätte ja alle eine Keycard. Egal. Egal. Hatte... Hätte... Wäre... Kette... Dings... Achso. Ich hab hier noch ein GSI. Oh, ne. Okay. Ja. Das ist wirklich weg. Mhm. Dann können wir ja... Hier, in die Richtung, wollen wir nach Hause gehen. Ich denke, gehen wir auch erstmal nach Hause, wa? Ja. Ja. Hinter uns ist einer. Der frisst seinen Kumpel. Das ist ekel, ja. Ihhh. Siehst du? Ja, klar. Da kommen noch mehr. Komm, wir gehen. Wir müssen... Na da hin. Ja. Da kommen wir direkt nochmal an dem ehengrünen Punkt vorbei, aber... Na. Vorne läuft ohne einer. Ja. Okay, wir rennen erstmal, wa? Ja, ich will jetzt hier nochmal kämpfen. Wie die Hände tut. Schreien. Doch, zwei, drei. Links. Ja, Schrotfinte macht da auch Krach, wa? Mhm. Okay. Na denn. Jetzt gehen wir aber mal nach Hause. Ja, wir tun mal mit der Zeit. Gucken, ob da noch alles steht. Gucken, ob da noch alles steht. Steht bestimmt ja nicht mehr. Alles abgerissen. Oh, gut. Ja, jetzt machen wir auch Schluss für heute. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge zu Hause wieder zu einem bisschen entspannteren... Tag. Ich glaube, den Rückweg jetzt im Dunkeln müssen wir ja nicht mehr zeigen. Ja, schön, dass er dabei war und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Somehow. The bulls, in. Those... uries of Couche in, wind. En yıl. Eins.